Wie war der internationalen Freizeit für das Team? Haben die Leute genug Zeit, um die vorherigen Spiele zu retten zu retten? Ja, wir hatten viele vorherige Spiele, das war der Grund, warum wir retten. Plus das letzte Spiel, wo wir gewonnen haben, also 9 Punkte in der Reihe. Ich habe sie am Montag, am Montag, am Montag, am Montag, am Montag, am Montag. Dann kamen wir wieder mit 3 Tagen Training und dann wieder 2 Tagen off. Ich denke, der Akku hat die letzten 5-6 Spiele geöffnet. Wir hatten einige junge Spieler, die für internationalen Team spielen. Wie sieht man, dass diese Erfahrung ihre Verwaltung als Fußballspieler? Es ist unglaublich und ich sage allen, dass ich sie auch eine gratulierung. Benni auch, dass er nicht spielen war, aber es ist sehr gut, gegen andere Länder zu spielen. Ich habe gesagt, dass wir sehen, wie es der internationalen Level ist, dass wir mit anderen Ländern sehen können. Nicht mit den Augenblick, aber wie es die Nordrhein-Irland ist. Es ist sehr gut für die Leute. Wir haben viele Spiels, die in einem kurzen Zeit kommen. Wie haben Sie die Leute vorbereitet? Für uns war wichtig, dass die zwei Wochen viel resten. Natürlich viel arbeiten, weil wir viel arbeiten. Wir haben länger Training-Sessionen und manchmal schwer. Aber von heute haben wir drei Tage mehr. Und dann starten wir in Zaget. Ich habe gehört, dass viele Leute in den Stadion kommen, weil sie seit Jahren nicht in Zaget spielen haben. Und dann haben wir ein neues Stadion. Und dann am Dienstag, Dürer, Sonnach, Solnach. Dann das Kooppa-Match. Und dann ist es gut, dass wir am Dienstag gegen Shakur spielen spielen. Und dann haben wir einen Tag mehr resten. Und dann haben wir einen Tag mehr. Und dann ist es gut, weil wir die Körperschaften haben. Aber wir werden die nächsten sechs Wochen machen. Und dann werden wir das auch so machen. Und dann werden wir das auch so machen. ein bisschen extra Pressure, weil es so schön ist. Ja, das ist schön ist, aber wir sprechen nicht über das Thema. Wir schauen auf die Tabe, wir schauen auf Seget, es wird ein schwieriges Spiel. Sie lieben auch, sie kommen auf. Sie haben natürlich die zwei letzten Matches gewonnen, aber sie werden uns vorbereiten. Wir werden uns vorbereiten für Seget. Und ja, wenn das Endprodukt ist das nächste Win, dann ist es schön. Aber erstens müssen wir spielen, und wir sehen uns nur für das. Wir haben eine 5-point-Liebe auf der Top der Liga. Wie machen Sie sich, dass die Team nicht komplaisiert werden, dass sie nicht restieren? Ja, wiederum, wir sprechen nicht über das Thema. Wir sprechen über unsere Leistung. Wir wollen das in der Training sehen. On Monday und Tuesday war eine hunting-training-session, und es war wirklich, wirklich gut für einen langen Tag, nicht nur für 5 Minuten, sondern wirklich für 20-25 Minuten. Wir können das machen. Und das ist der Grund, warum ich in diesem Team glaube, und ich glaube, in all die Matches. Ich habe dir gesagt, das erste Match mit einem Mann, haben wir auch gut geholfen, und ich hoffe, dass wir das machen. Nachmittags gefangen hat, in einer gutengebenen Tag. Deswegen ist das an der Rundfunk der Rundfunk-Magaiserspannam? Ich hoffe, dass wir nur dasGetehen sind. Ich habe eine Frage, von der Rundfunk-Magaiserspann und richtig? Was ist das über die Rundfunk? B decid, wie ist das jetzt?